Was, was ist Wirtschaftlichkeit? Hm, schwierige Frage, obwohl sie so einfach daherkommt. Es sind nur drei Worte, aber enthält ihr dieses Hilfsverb ist? Und jetzt ist die Frage, was macht man? Entweder man ersetzt dieses Wort Wirtschaftlichkeit durch ein anderes Substantiv, ist eine Kennzahlkommadie, oder man ersetzt das Hilfsverb durch ein Vollverb. Also was macht Wirtschaftlichkeit? Und vielleicht ist es besser, hier anzusetzen. Wirtschaftlichkeit setzt, jetzt kann man sich gleichzeitig noch den Bruchstrich merken, setzt nämlich den Ertrag ins Verhältnis zum Aufwand. Beziehungsweise, wenn wir uns in den Dimensionen der Kostenrechnung begegnen, da haben wir ja andere Begriffe, Leistung ins Verhältnis zu Kosten. Was ist Wirtschaftlichkeit? Wirtschaftlichkeit setzt Ertrag ins Verhältnis zum Aufwand, beziehungsweise Leistung ins Verhältnis zu Kosten. Punkt. Das ist eine befriedigende Antwort. Die andere Möglichkeit ist, Mann sagt, Wirtschaftlichkeit ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, klingt auch gut, ja. Das ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die Ertrag ins Verhältnis zum Aufwand und Leistung ins Verhältnis zu Kosten setzt. So kann man es auch machen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.